Hi, ich bin Selma. Ich möchte euch heute den Yoga-Gurt von Teamsportbedarf vorstellen, der sogar individuell auf dich anpassbar ist und der Beweglichkeit und der Mobilisation dient. Die nächste Übung ist der Schulterstretch und dient vor allem der Mobilisation der Schulter. Die nächste Übung ist der Schulterknoten und dient vor allem der Mobilisation der Schulter. Die nächste Übung ist der herabschauende Hund, der die hintere Kette vor allem aktiviert und mobilisiert. Die nächste Übung ist der Deep Stretch, der vor allem gut ist für die Dehnung der Oberschenkelvorderseite und unserer Hüfte. Musik 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 Musik